Und hallo, hier ist wieder der Toni aus Portugal. Es freut mich echt ungemein, dass ihr alle wieder dabei seid. Toll, eure Kommentare bitte nicht vergessen, okay? Und natürlich auch hier, ne, da, abonnieren. Heute geht es um Tipps und Kniffe und Tricks vom und im Leben, tatsächlich im täglichen Leben in Portugal, okay? Ist klar, da gibt es unwahrscheinlich viele, Hunderte vielleicht, ne? Ich muss das halt in verschiedene Videos aufteilen. Hier ist das Erste, heute reden wir von Versicherungen, wir reden von lokalen Märkten, also einkaufen in lokalen Märkten. Wir reden von Öffnungszeiten der Geschäfte, die anders sind als in Europa im Allgemeinen und viele andere Aspekte, die wirklich wichtig sind im täglichen Leben, okay? Aber vorher noch ein ganz kurzes Intro, das habe ich mir erlaubt als Spaß. Das kommt jetzt sofort. Bevor wir mit den Themen anfangen, ganz kurz, um euch aufzuwärmen, ich gehe hier mal ein bisschen durch die Agentur durch und zeige euch mal, was da draußen los ist, okay? Gehe hier mal durch, eine Sekunde, drehe mal jetzt die ganze Geschichte um. So, und jetzt haben wir das Ganze hier. Ja, man soll es nicht glauben, aber es ist heute der 6. Oktober und das ist 29 Grad, das ist halt Portugal, ne? Ist doch mal was anderes, ne? So, gehen wir mal rein und machen wir unsere Videos fertig, ja? Tipps und Tricks. Und hallo nochmals. So, fangen wir gleich mal an mit dem Bankkonto. Bankkonto eröffnen, ja? Okay, also, ihr solltet euch, sobald ihr euch in Portugal niedergelassen habt oder eventuell sogar bevor, vor eurer definitiven Niederlassung, ein Bankkonto eröffnen, ja? Das wird euch natürlich das Leben erleichtern, von Rechnung bezahlen und dass ihr ja überhaupt mal vor Ort das ganze Geld von euch verwalten könnt, ja? Okay? Also, es sei gesagt, in Portugal gibt es 150 Banken, ja? Alle möglichen Banken, internationale Banken, sehr viele natürlich, inländische, Privatbanken, Regionalbanken und auch Online-Banken, die mittlerweile auch sehr beliebt sind, ja? Also, hierbei solltet ihr darauf achten, dass ihr natürlich auch auf die Gebühren, die letztendlich jede Bank euch abkassiert, für die verschiedenen Servicebereiche, die sie anbieten. Eins davon ist natürlich die Debitkarte, also nicht Kreditkarte, sondern Debitkarte, das heißt die Karte, wo ihr letztendlich im Supermarkt bezahlt, eigentlich alles bezahlen könnt, ja? Also, die Debitkarte funktioniert also bis zu 99.900 Euro, könnt ihr mit einer Debitkarte bezahlen. Und, ja, und das ist wohl der Punkt, wo je nach Bank die mehr oder weniger Gebühren anfallen, ja? Also, wie gesagt, vergleicht diese Institution, wenn ihr mich fragt, ob ich eine spezielle Bank euch anbieten könnte oder was, dann würde ich einfach sagen, nein. Letztendlich, von der Sicherheit her, sind sie mittlerweile alle gleich, sind ja getestet bis zum Umfallen und es geht also letztendlich wirklich um die Gebühren, ja? Vermutlich werden die Online-Banken günstiger sein von den Gebühren, aber an euch dann auszuwerten, was für eine Bank ihr letztendlich benutzen werdet, ja? Was für Dokumente braucht ihr letztendlich, um ein Konto aufzumachen, ja? Übrigens, viele Banken bieten diesen Service auch mittlerweile online an. Ihr könnt also Dokumente quasi hochladen und dann wird vermutlich nichtsdestotrotz bei manchen Banken dann eine Videokonferenz stattfinden müssen, ja? Bei einigen ja, einigen nein. Ich meine, vielleicht ist es aber nichtsdestotrotz besser, wenn ihr vor Ort seid, dieses Konto aufmacht, dann lernt ihr gleich mal euren Bankmanager oder was auch immer kennen und ihr lernt euch kennen, was ja auch immer ganz gut ist, wenn eventuelle Fragen aufkommen und dann könnt ihr eventuell euch jemanden, der deutschsprachig oder, wenn gar kein deutschsprachiger, dann englischsprachig vor Ort ist, sodass, wenn ihr anruft oder wenn irgendwelche Probleme auftauchen, ihr dort mit dieser Person, Mann oder Frau, sprechen könnt, okay? Ja, also wie gesagt, was für Dokumente braucht ihr, um in Portugal ein Bankkonto aufzumachen? Also als allererstes mal der Ausweis ist ganz klar oder Pass, ja? Müssen natürlich gültig sein, der eine oder der andere, das spielt keine Rolle, ja? Ja, dann ganz wichtige Sache, die ihr sowieso braucht für alles, was ihr in Portugal macht oder für viele Sachen, das ist die NIF, die NIF ist die Numero de Contribuente, das ist die Steuernummer, die portugiesische Steuernummer, die muss also jeder haben, okay? Ja, diese Steuernummer habe ich übrigens auch irgendwann mal in einem von meinen Videos erklärt, wo es um Hauskauf ging, die könnt ihr selbst machen, das heißt also zum Finanzamt gehen und dort mit eurem Ausweispass und mit dem Wohnnachweis, spielt keine Rolle dabei, ob der Wohnnachweis hier in Portugal ist oder im deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall muss Wohnnachweis da sein, damit eine dementsprechende Adresse zuordnen kann und ihr macht das dann selbst. Also ich weiß nicht, was es heutzutage kostet, vielleicht 10, 15 Euro, ja? In manchen Finanzämtern ist es so, dass man vorher Termin machen muss, ja? Also bitte aufpassen, ob ihr da einfach so rein spazieren könnt. Also ich würde es auf jeden Fall mal versuchen und dann weitersehen. Wenn die uns da sagen, nein, nein, wir müssen Termin machen, nein, können wir gleich machen, nein, online, bla, 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 okay, wo und so weiter und so fort, ja? Okay, also wie gesagt, diese Steuernummer NIF oder Numero de Contribuente, die braucht ihr für diesen Zweck, ja? Was ihr vielleicht dabei haben solltet, weil die Bank, je nach Bank, die haben das ganz gerne, ist vielleicht Bankauszüge der letzten drei Monate von eurer vorherigen Bank oder immer noch zuständigen Bank in Deutschland, Schweiz oder Österreich, ja? Und damit, das hat die Bank ganz gerne, die ziehen sich dann Fotokopien und dann haben es wenigstens mal ein Historial, also eine Geschichte über euch gelagert, ja? Ist also ganz, ganz interessant, das dabei zu haben, ja? Und dann ist je nach Bank eine Mindesteinzahlung von 500 Euro notwendig. Früher war es zwingend, heutzutage ist es je nach Bank. Also ich kenne Kunden, die haben nur mit 100 Euro ein Bankkonto aufgemacht, aber geht einfach mal von den 500 Euro aus. Es ist so, dass ihr das Geld nicht unbedingt gleich dabei haben müsst. Ihr könnt auch dem Kunden sagen, dem Bankmanager sagen, ich transferiere das Geld. Aber was dann passieren kann, ist, dass euer Bankkonto dann quasi erst operationell wird, wenn diese 500 Euro eingetroffen sind. Wenn ihr zum Beispiel ein Bankkonto aufmacht und habt nicht alles dabei und das ist präsentiell, also ihr seid auf der Bank und vielleicht das eine oder andere Dokument nicht dabei habt, könnt ihr es nachreichen. Er macht dann trotzdem die Unterlagen, ihr unterzeichnet alles und im Nachhinein sendet ihr die fehlenden Dokumente an die Bank per E-Mail, ja? Nur, noch einmal, dann ist das Bankkonto nicht aktiviert. Das heißt, es wird erst dann aktiviert, wenn die ganzen Dokumente zusammen sind, ja? Wenn ihr vor Ort seid und auf eine Bank geht, um ein Bankkonto aufzumachen, dann bereitet euch vor, dass das eine etwas langwierige Sache sein kann. Also ich habe Kunden gehabt, die haben da schon zwei, drei Stunden auf der Bank verbracht, um ein Bankkonto zu öffnen. Also man muss dann alle möglichen Papiere unterzeichnen. Das dauert halt alles seine Zeit und, 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 okay? Also wie gesagt, auf jeden Fall mit diesem Zeitraum rechnen. Wenn ihr euch das ersparen könnt, online oder online Banken, okay, ja? So, gehen wir gleich mal zum nächsten Punkt, ja, der ja auch ganz interessant ist. So, und in diesem Zusammenhang gleich mal zur Kreditkarte. Also das ist ja der Unterschied zwischen Debitkarte, Debitkarte, die euch sofort auf dem Konto abgezogen wird, oder der Kreditkarte, ja? Also ich bin mir nicht sicher, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich, dass ihr sofort eine Kreditkarte zur Verfügung gestellt bekommt, je nach Einzahlung, die ihr auf dieser Bank macht, ja? Okay, es ist ganz klar, dass wenn ihr dort 100 Euro einzahlt, dass die Bank euch wahrscheinlich keine Kreditkarte zur Verfügung stellen wird, zumindest mal nicht sofort, weil sie ja nichts von euch weiß. Aber wenn ihr natürlich Beträge einzahlt von 20, 30, 50 oder mehr, dann vermutlich wird die Bank euch eine Kreditkarte zur Verfügung stellen. Zwar wohl am Anfang mit einem geringeren, also mit einem geringeren Geldbetrag, 1.000, 1.500 Euro, ja? Aber ihr bekommt sofort eine. Also Kreditkarten generell in Portugal werden akzeptiert, ja? Also es ist in den meisten Geschäften, Restaurants, sogar an den Mautstationen werden die Kreditkarten akzeptiert, zumindest mal die gängigen, Visa, Mastercard und so weiter und so fort. Die ganz spezifischen, wie American Express, vielleicht nicht überall, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe schon von Fällen gehört, dass es nicht überall akzeptiert wurde. Aber die gängigsten Kreditkarten werden also überall akzeptiert. Nichtsdestotrotz solltet ihr zumindest mein Club für kleine Geschäfte und so weiter immer eine gewisse Summe an Bargeld haben. Die Prof. Gießen zahlen immer noch gerne Bar, auch weiterhin. Oder wie gesagt, mit dieser Debitkarte, ja? Das ist so die zwei Wege, wo man halt normalerweise zahlt, wenn man ins Geschäft geht, ins Restaurant. Im Kaffee zum Beispiel ist normalerweise selten, dass jemand mit einer Debitkarte zahlt, weil es sehr geringe Beträge sind und somit benutzt man eigentlich mal mehr Bargeld, ja? Also immer wieder etwas Bargeld dabei haben. Wie gesagt, kleinere Geschäfte und die Märkte werden mit Sicherheit keine Kreditkarten akzeptieren und vermutlich auch keine Debitkarte, ja? Okay. Also das wäre der nächste Punkt, der wichtig wäre. Und der übernächste wäre dann auch in diesem Zusammenhang diese Geldautomaten, ja? Also die Geldautomaten sind ja in Portugal sehr weit fortgeschritten. Das existiert ja schon seit Jahrzehnten, ja? Und man kann da fast alles drüber bezahlen, also Stromrechnung, Wasserrechnung, Internetrechnung. Man kann zum Beispiel Fischlizenz sich kaufen, also für zum Beispiel Fischen zu gehen, hier hinten dran. Ja, dann geht man an Bankautomaten und macht Fischerlizenz und dann kostet das Ganze zwischen 10 und 25 Euro, je nachdem, ob ihr örtlich, also in einer Region fischen geht oder ob ihr in ganz Portugal fischen wollt, ja? Wie gesagt, pro Region sind es, glaube ich, 11 Euro, wenn es nur für eine Region ist und das ist aufs Jahr. Also was ich damit sagen will, ist, mit der Debitkarte, also was man hier in Portugal MB, Multibanco nennt, könnt ihr eigentlich überall und fast alles bezahlen, ja? Es ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen, es gibt manche ATMs, also diese Apparate, wo man das Geld rausguckt, die tatsächlich, zumindest mal bei Kreditkarten, euch Geld abholen, ja? Das heißt, wenn ihr über Kreditkarte Bargeld runterzieht, dann kommt es je nach Betrag ran, werden euch 5 Euro oder mehr vom Konto dann hinterher abgezogen, ja? Okay, aber mit dem Multibanco, also mit der Debitkarte kommt ihr überall zurecht, mit der Kreditkarte auch nur halt mit Mehrkosten verbunden, ja? So, was gibt es da zu sagen? Diese ATM-Schalter, die habt ihr überall, die sind nicht immer von der gleichen Bank, das sind verschiedene Banken, das kann also euch alles passieren, gehen wir einfach mal davon aus, ihr habt ein Bankkonto bei der Millennium, na, aber ihr geht dann an den Schalter und das ist dann NovoBanko, ja? Und ihr hebt da Geld ab. Es kann sein, dass eventuell am Jahresende oder am Monatsende euch, da ihr nicht den Schalter von der Hausbank quasi benutzt habt, dass er euch ein geringer Prozentsatz, beziehungsweise kein Prozentsatz, sondern eine geringe Gebühr abgezogen wird, ja? Ist aber normalerweise nicht der Fall, ja? Okay, also das war es mal bezüglich dieser Kreditkarten und Debitkarten, ne? Gehen wir zum nächsten Thema über, das auch sehr, sehr interessant ist und mit den nationalen Feiertagen, mit den Brückentagen zu tun hat, ja? Ja, zu den Feiertagen, es gibt ja in Portugal wie in allen südlichen Ländern enorm viel Feiertage, aber es gibt letztendlich nur drei, wo tatsächlich alles zu hat, ja? Also wirklich alles zu hat, auch Geschäfte, Supermärkte und so weiter und so fort. Also das wäre der Weihnachtstag, also der 25. Dezember, der Neujahrstag, also der 1. Januar, ja? Und dann Ostern noch, ja? Okay? So, wobei hier der Ostersonntag normalerweise der Tag ist, wo wirklich alles zu hat. Generell, bei allen anderen Feiertagen ist es so, dass Supermärkte, Restaurants, Cafés und so weiter offen haben. Die lokalen Märkte, also dort, wo ihr das frische Gemüse kauft und die frischen ist frische Obst, das hat normalerweise auch alles offen, läuft also ganz normal. Die Boutiquen, also im Geschäftszentrum, da kann es sein, dass die meisten von denen an den normalen Feiertagen auch zu haben. Ja, wie gesagt, aber ihr bleibt nicht ohne zu essen, weil die Supermärkte sind alle auf und so weiter. Also ihr werdet euch in der Richtung keine Probleme feststellen. Es ist vollkommen klar, dass alles, was mit Banken, Postämtern, öffentlichen Ämtern zu tun hat, auch bei normalen Feiertagen zu ist. Also das könnt ihr dann vergessen. Irgendwelche bürokratischen Sachen an diesen Tagen zu tun, funktioniert nicht. In den Supermarkt könnt ihr natürlich gehen, hat alles auf, ja? So, in Portugal gibt es dann zu den öffentlichen Feiertagen noch dazu, gibt es auch oftmals Gemeindefeiertage oder Stadtfeiertage, ja? Die halt je nach Stadt und je nach Gemeinde ein bestimmtes Datum im Jahr haben, also einen bestimmten Tag. Die verändert eigentlich nicht viel, weil selbst wenn ihr zum Beispiel, was weiß denn ich, irgendwo in einem Ort lebt, sagen wir mal, es ist der Lissaboner Feiertag, dann könnt ihr raus aus Lissabon fahren und dann ist dort kein Feiertag. Also da läuft alles wie gewohnt, ja? Also es sind spezielle wirklich Stadt- und Gemeindefeiertage, ja? Mehr gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, also die Einkaufsmöglichkeiten bestehen fast das ganze Jahr, ja? So, ja, und zu den Öffnungszeiten hier in Portugal. Also es ist so, die Öffnungszeiten sind unterschiedlich, je nachdem. Wenn es zum Beispiel eine touristische Region ist, können die Öffnungszeiten variieren, etwas variieren zumindest. Aber generell sei mal gesagt, für alles, was Geschäfte ist, also Boutiquen, Geschäfte, Minimärkte und so weiter und so fort, gilt die Öffnungszeit von 9, wer 9 sagt, sagt 9.30 Uhr, 10, je nach Geschäft, bis um 13 Uhr und dann ab 15 Uhr bis 19 Uhr. Wobei das auch hier variieren kann. Kann sein, dass es zum Beispiel 9.30 Uhr oder 10 ist, bis 13 Uhr und dann ab 14.30 Uhr bis 19 Uhr. Aber generell ist das so die Richtlinie, ja? Das betrifft also alles, was Geschäfte, Boutiquen, Minimärkte, also alles, was mit dem Kleinhandel zu tun hat letztendlich, ja? Nicht die Supermärkte. Die Supermärkte, die haben andere Öffnungszeiten, die funktionieren also von Montag bis Montag, durchweg, ja? Obwohl man mittlerweile schon darüber redet, dass eventuell sonntags zugemacht werden kann, aber das wahrscheinlich nie passieren wird oder wenn überhaupt in nicht absehbarer Zeit. Also durchgehend auf, Montag bis Montag, ab 8.30 Uhr, 9 Uhr bis um 20, 21, 22 Uhr, je nach Supermarkt. Ja, okay? Die haben keine Mittagspause, die gehen durchweg durch, ja? Und im Sommer sind sie meistens sogar länger auf. Also die, die um 8.00 Uhr um 20.30 Uhr zumachen, bleiben da bis 21.30 Uhr auch offen, sogar 22 Uhr. Die, die bis 21.00 Uhr zumachen, bleiben auch bis 22.00 Uhr oder 22.30 Uhr offen. Also im Sommer ziehen sie das Ganze ein bisschen und auch natürlich in der Weihnachtsperiode, ja? Okay? Diese ganzen Öffnungszeiten haben natürlich nichts zum Beispiel mit der Bank zu tun. Die Bank, die arbeitet in Portemonnaie von Montags bis Freitags, genauso wie die Ämter, ja? Montags bis Freitags von 8.30 Uhr bis normalerweise 15 Uhr. Dies bezüglich den Banken, ja? Es gibt einige Banken, die haben das wohl versucht, etwas länger hinauszuschieben, aber hat wohl nicht ganz so geklappt. Es gibt einige Banken, die haben, glaube ich, immer noch so bis 16.00 Uhr oder 16.30 Uhr offen, aber es sind nur die wenigsten. Also die normale Uhrzeit ist 8.30 Uhr oder in manchen Fällen sogar 8.00 Uhr bis um 15.00 Uhr durchgehend, ja? Okay? Von Montags bis Freitags. Die Ämter normalerweise auch 8.30 Uhr, 9.00 Uhr und gehen dann je nach Amt und je nach Region, können die durchgehend arbeiten bis um 3.00 Uhr nachmittags, können aber noch eine Mittagspause drin haben und arbeiten dann bis 4.00 Uhr, also eine Mittagspause von einer Stunde, ja? Also quasi zwischen 12.00 und 14.00 Uhr oder zwischen 12.00 und 13.00 Uhr oder zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, je nach Amt und je nach Region. Aber generell solltet ihr irgendwo zwischen 9.00 und 12.00 Uhr am Amt stehen und maximal bis 15.00 Uhr oder beziehungsweise 16.00 Uhr, je nach Amt. Ja, also darüber müsst ihr euch jeweils informieren, sonst steht ihr vielleicht vor geschlossenen Türen. Die lokalen Märkte, die lokalen Märkte, also Fisch, Gemüse, Fisch und so weiter, die funktionieren etwas anders. Normalerweise ist es so, je nach Größe von der Stadt, also wir haben zum Beispiel hier in Caldas da Rainha einen Markt, der funktioniert jeden Tag, von Montag bis Montag, von 8.00 Uhr morgens bis um 13.30 Uhr, 14.00 Uhr ungefähr, ja? Und der Fischmarkt, genau das Gleiche, nur Fisch ist am Montag geschlossen. Warum? Weil am Sonntag kein Boot rausgeht, okay, ist ja kein Arbeitstag und somit werden am Montag der Fisch ja nicht frisch, somit bleiben diese Fischmärkte geschlossen am Montag. Ja, wenn es Mischmärkte sind, also Gemüse, Früchte und Fisch, ja, dann ist es so, dass in der Fischabteilung wahrscheinlich niemand stehen wird und ihr nur Gemüse und Früchte zur Verfügung stehen habt und Käse und was weiß ich nicht, okay? Ja, so, in puncto kleineren Gemeinden, also Dörfern und so weiter, da gibt es ja oft diese Minimärkte und die Kaffees, also die Kaffees haben normalerweise auch immer auf, die haben vielleicht einen Ruhetag, ja, das kann unterschiedlich sein, aber normalerweise haben die Durchweg auf, von sehr früh morgens, also 7 Uhr wegen Bäcker, wegen der Bäckerei und so weiter, von 7 Uhr bis um 19, sogar 20 Uhr. Es gibt sogar Kaffees, die ich kenne, wo morgens das Brot angeliefert wird, schon um 6 Uhr morgens und da haben die ab 6.30 Uhr auf, verkaufen auch gleichzeitig Brot und abends bekommen die noch eine Lieferung, so gegen 17 oder 17.30 Uhr und verkaufen dann auch nochmal Brot und bleiben dann bis 20, 21, 22 Uhr sogar auf, ja. Aber das sind diese kleinen Gemeinden. Die Minimärkte in diesen kleinen Gemeinden, die haben meistens von Montags bis Samstags offen, in der normalen Uhrzeit, 9 bis 13 Uhr, 15 Uhr bis 19 Uhr und dann Samstags, je nach Geschäft, von 9 bis 13 Uhr nur oder manche sogar von 9 bis 13 Uhr und dann nochmal 15 bis um 19 Uhr, okay. Ja, das war es bezüglich den Öffnungszeiten hier in Portugal, also passt da immer drauf auf, damit ihr nicht vor die geschlossenen Tür rennt, ja. So, und da wir gerade von lokalen Märkten geredet haben, ich würde euch also empfehlen, ich tue es auch, lokale Märkte zu benutzen. Aus drei Gründen. Erstens, ihr helft diesen Leuten, meistens ältere Leute, die da stehen und ihre eigenen Produkte verkaufen, ja. Also ihr helft diesen kleinen Agrikulteur. Zweitens, die Qualität ist bedeutend frischer als im Supermarkt, ja. Und drittens, die Preise sind auch weitaus angenehmer als im Supermarkt, ja, okay. Also drei Sachen, die absolut wichtig sind. Ihr helft den Leuten, dem lokalen System und gleichzeitig helft ihr auch eurem Geldbeutel. Eine kleine Ausnahme ist vielleicht der Fischmarkt. Also auf dem Fischmarkt werdet ihr feststellen, vielleicht feststellen, dass gewisse Produkte teurer sind oder bedeutend teurer sogar als im Supermarkt. Das hat also einen Grund. Hier wird der Fisch direkt vom Hafen auf den Tisch gebracht und euch verkauft. Das ist also alles Fangfisch, ja. Und Fangfisch hat nun mal halt seinen Preis, okay. In den Supermärkten habt ihr natürlich auch Fangfisch, aber ihr habt auch viele Fische, speziell die Fische, die am meisten verkauft werden, wie Barsch und so weiter, der aus diesen Akkulturen kommt, ja. Aus diesen Tanks, ja, so kann man so sagen. Ja, und die natürlich bedeutend günstiger sind als ein Barsch, der vom Meer kommt, ja, okay. Nichtsdestotrotz, hier eine persönliche Bitte, benutzt diese Märkte, ihr helft der portugiesischen Ökonomie, ihr helft diesen Leuten, ja. Und letztendlich helft ihr auch eurem Geldbeutel, ja, okay. Also auf jeden Fall diesen Weg gehen, da macht ihr mit Sicherheit, zumindest mal ein, zweimal die Woche, da macht ihr euch sicherlich was Gutes damit. Es ist ein tolles Erlebnis, die Leute sind unwahrscheinlich freundlich, es wird euch gefallen, ja, okay. So, nächstes Thema, Notruf. Notruf ist ein kurzes Thema, Notruf ist 112 112. Ich würde euch trotzdem raten, wenn ihr mal irgendwo angesiedelt seid, euch die Nummern von Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei, solche Sachen mal an den Kühlschrank zu hängen, damit ihr das habt, die 112 könnt ihr immer benutzen, aber parallel dazu habt ihr auch diese Nummer, ja. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, Versicherungen. Ich brauche euch über Versicherungen ja wohl nicht allzu viel zu sagen, jeder weiß darüber Bescheid. Nichtsdestotrotz solltet ihr überprüfen, was für Versicherungsbedürfnisse ihr überhaupt in Portugal braucht. Also eine richtige Deckung für die Gesundheit, Haftpflicht, Vermögenswerte, bezüglich Hausversicherung und Inventarversicherung könnt ihr beim, wenn ihr euer Bankkonto aufmacht, auch bei der Bank nachfragen. Die meisten Banken bieten Versicherungen an für Haus und Inhalt. Und das könnt ihr dann vergleichen mit Angeboten von Privatversicherungen. Ja, es gibt da hunderte davon in Portugal. Also einfach mal Angebote einholen von den verschiedenen Werten für eure Hausversicherung und für eure Inhaltsversicherung. Ja, bezüglich Krankheit werde ich mit euch nicht darüber sprechen. Ich habe hier in diesem Video bereits über das Gesundheitswesen in Portugal gesprochen, sogar ziemlich lang. Ich werde über das Thema Krankenversicherung ein spezielles Video machen, weil das ist doch ein wichtiges Thema und das muss separat behandelt werden. Und ist auch hier nicht ziemlich komplex wegen den Altersunterschieden und so weiter und so fort. Ja, okay. So, also, wie gesagt, unbedingt prüfen, was ihr für Bedürfnisse habt an Versicherungen, ja, und dann einfach Preise vergleichen. Wie gesagt, ihr habt ein breites Angebot an Versicherungsgesellschaften, das zum Teil vielleicht sehr unterschiedlich ist und das würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall machen, okay. Für heute wäre es das mal. Ja, ich habe, wie gesagt, diese Tipps und Kniffe werde ich weiterführen, diese Episoden, na, es sind, wie gesagt, viele. Ich werde in zukünftigen Videos dann über Führerschein, wann muss man den Führerschein wechseln, muss man überhaupt wechseln, wie funktioniert das hier in Portugal und viele andere Themen, okay. Bis dahin, bitte unbedingt hier kommentieren, okay. Und hier, nein, hier, abonnieren und da unten die Krimel betätigen, damit ihr avisiert, wenn man das nächste Video auch laden, okay. Vielen Dank, euer Toni aus Bautergein. Ciao, ciao. »Hall mat'«!« »Hall mat'«!» »Hall mat'«!» Untertitelung des ZDF, 2020